Wer hätte gedacht... Ja, da haben wir auch im Lager die Rehfälle. Ja, wer hätte gedacht, dass mir nur noch ein Rehfell fehlt, ne? Ist doch richtig, dass ich nur einen Wärmeanzug... Ah, für die Sperrtasche braucht man mehrere von den Viechern, ne? Ja, siehste. Ja, ich mach erstmal den Wärmeanzug fertig und dann... Ja, ich hab nicht mal einen Wildschwein bis jetzt gesehen. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich jetzt noch einen davon aufhebe, dass ich dann keine Rehfälle mehr aufheben kann, weißt du? Ne, das glaube ich separat. Ich glaube, du kannst so und so viele Rehfälle, so und so viele... Was auch immer das sind Fälle. Naja, gut. Dann muss ich halt nochmal zurück dahin. Schon wieder so ein Penner. Lass mich in Ruhe. Ich hab nicht einen Wildschwein oder so gesehen. Oh, hier ist ein Reh. Sehr schön. Zwei sogar. Was? So. Ich will auch ein Reh. Oh, sind abgehauen beide. Viele Hasen. Ja, wir haben so viel Rehe bei uns in der Base. Ja, wir haben den Rehspot dort. Oh, hier ist wieder ein Alligator. Den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Braucht man ja nicht. Ich hoffe, ich laufe zur richtigen Base. Ich glaube aber schon. Ich glaube, wir haben nur ein Häuschen mit gelber Markierung. Ich bin jetzt, glaube ich, gefühlt durch das ganze Schneegebiet gewandert. Ich hätte das Cockpit auch schon sehen müssen. Hab ich aber nicht. Was gibt's denn bei dem Cockpit? Ähm, die Flägern. Ja, aber das Cockpit war doch mal hier irgendwo im Wasser. Richtig. Das war einmal auf dieser Insel, diesem Flussdelta. Und da gab's doch auch die Flägern, oder nicht? Genau, aber das ist dann irgendwann ins Schneegebiet gewandert. Da haben wir es ja auch im letzten Let's Play geholt. Echt? Darum waren wir ja so lange im Hardmode hier im Schneegebiet. Weil wir da Dinge gesucht haben. Das war auch, weil wir Felder gesucht haben. Oder eine Höhle haben wir, glaube ich, gesucht. Also ich habe auf jeden Fall das Cockpit auch gesucht. Müsste ich einfach nur das Thumbnail mal rauszusuchen, dann würde ich wissen, ob das im Schneegebiet war. Aber ich meine ja. Ah ja, jetzt habe ich es hier nicht gefunden, ist ja egal. Ah, da ist es, da ist es. Noch so ein Ding hin, komm her. Nein, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Oh, ist aber das drüber, ey, Kollege. Jawohl, haben wir. Noch so ein Waschbären hier erledigt. So. Ja. Sehr gut. Jetzt bräuchte ich halt noch Wildschweine. Was war das jetzt, Wildschweine? Diese Waschbären und Rehe, ja? Ja. Ich brauche immer noch ein Reh, ey. Ich bin jetzt schon wieder an der Base. Ernsthaft? Ja. Kein Reh gefunden. Ich habe jetzt noch schon wieder ein Waschbären. Verdammt. Kollege, zünd die Fackel an, ey. Du hast gesagt, die Wildschweine hast du so an der Grenze zum Schneegebiet gefunden, ne? Oh, ich habe ein Reh. Du hast eine Reh. Noch nicht. Immer gleich, jetzt. Achso, du hast gesagt, an der Base gibt es Rehfell. Ja, ja, klar. Im Felllager, habe ich ja gesagt. Ansonsten habe ich jetzt eins für dich. So, jetzt pass auf. Rehfell, sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann Wildschwein, Leder, ein Hasenfell, ein Waschbärfell, Zwei-Stoff. War das denn korrekt, was ich sagte, dass du die Wildschweine am Schneegebietsrand gefunden hast? Yay, ich habe ihn. Den Wärmeschutzanzug, wie kriegt ihr? Hörst du mich? Ja, warte mal kurz. Ausrüsten. So. Ich habe ihn fertig. Sehr geil. Bam. So, was wolltest du? Ob du die Wildschweine am Gebietsrand gefunden hast. War das richtig? Warte mal. Äh, ja. Aber ich glaube, ich sollte mal speichern. Kann ich doch speichern ohne dich, ne? Ich denke schon, ne? Ich muss halt, äh, ich speichere halt immer mit, aber ob ich das muss, weiß ich gar nicht. So. Gespeichert. So, jetzt komme ich auch wieder ins Wintergebiet, weil... So, ich, ähm, bring mal dann die Rehfälle mit aus dem Lager. Ja, ich soll die mitbringen? Ne, ne, du kannst mir die ja nicht teilen, du hast ja das Tablett nicht. Genau. Ja, ich such halt jetzt, ähm, also Reh, Waschbär und Wildschwein, richtig? Ja, ich brauche auch die Waschbären noch. Ja, Waschbären hätte ich noch, aber... Wie viele? Ich brauche, äh, ich weiß nicht, zwei glaube ich. Achso, ja, zwei brauche ich. Ja, ich auch dann bestimmt. Also, du brauchst insgesamt drei Stück. Zwei für den Wärmean... Ne. Drei habe ich. Zwei für die... Was ist denn das? Kann ich jetzt gar nicht mehr gucken, ne? Drei hätte ich, aber ich brauche vor allem jetzt die scheiße Windschweine. Wo sind denn die? Kann ich dir zeigen, wenn ich wieder da bin. Aber ich habe immer Ausdauerprobleme. Mein Charakter ist nicht so äh, geeignet für die Shift-Taste, ne? Ja, das, ähm, Gute ist, das kommt bei The Forest ja, je mehr man sprintet und, äh, deshalb musst du dir ja keine Sorgen machen. Meinst du? Ja, ja, ist so. Kannst du, äh, nachsehen im Survival-Handbuch. Ja, dann sag mir mal, wo bitte. Eine Seite mit Statistiken und da siehst du alles. Ich weiß nicht genau, welcher Reiter das ist. Muss mal gucken. Muss mal durchblättern. Tage überlebt sechs. Momentaner Zustand gut. Geistige Gesundheit. 58 Prozent. Stärke ist rot. 20,2. Das klingt schlecht. Kälteschutz. 100 Prozent. Ja, genau. Da siehst du alles. Athletik. 24,9. Das ist der Wert für Sprint. Infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Oh, darum verlierst du wohl Ausdauer. Aber, hä, ich bin echt infiziert? Bei The Forest bin ich infiziert? Durch was? Ja, durch Schmutz vor allem, ne? Wenn man sich nicht wäscht und so, glaube ich. Chicory. Aloe Vera. Essen. Soll ich das so essen? Soll ich mir das auf die Wunde packen? Ich habe es jetzt gegessen. Ja, musst du essen, glaube ich. So, und was sagt jetzt das Handbuch? Ha! Ja, Stärke ist wieder auf 22. Oh, ich habe Mutanten hier. So, erstmal nur das Fleisch. Interessant, ne? Gar nicht gewusst. So, ich laufe jetzt hier am Rand entlang nochmal komplett, ob ich Wildschweine finde. Schöner Sonnenaufgang. Bisschen schnell, aber schön. Stehst denn du da so? Willst du sterben unbedingt? Meine Güte. Von mir aus. Pfeile könnte ich auch mal wieder gebrauchen, ne? Wie geht das mit Federn? Wo sind die Federn? Federn? Auf dem Rucksack liegen die drauf oben, quasi. Federn. Fünf Stück habe ich nur. Ja, wir sollten ein Vogelhäuschen bauen. Dann kommen die Federn zu uns. Boah. Ja, muss man mal ein paar Vögel... Die kann man ja auch so ganz easy mit der Machete zermetzeln. Das stimmt. Wenn man am richtigen Spot steht, ne? So, ich hoffe, ich finde die Stelle wieder mit den Waschbären. Du bist schon wieder weitergewandert, ne? Waschbären waren da hinten, ja. Ich suche halt die Wildschweine die ganze Zeit. Ich habe noch nicht einen Wildschwein gesehen. Da hast du wahrscheinlich alle gekillt, die spawnen. Ja, die haben ein bisschen auf sich warten lassen, ne? Ich habe zwei Stück gekillt und dann kam lange, lange, lange gar nichts, bis dann wieder zwei Stück kamen. Oh, Mahlzeit. Guck mal, die haben Pause. Die machen hier Pause. Oh, die wollen... Oh. Hey. Hey. Leute. Woher diese Aggression, ey? Alter Schwede. So, hier, blaue Bären essen. Lecker, lecker. So ein paar Bären machen dich sofort satt, ne? Aber... Ja, ist ganz geil, ja. Da laufen sie wieder in deine Richtung. Ah, ja, Headshot. Der Nächster. Da kommen sie, fünf, sechs Stück. Headshot. Fünf, sechs Stück. Ja. Zwei Headys haben wir. So, Waschbären, sag ich schon. Wildschweine, wo seid ihr denn? So. Vielleicht muss ich auch uns so suchen. Oh, Mann. Oh, ich bin hier schon am Wintergebiet. Ich laufe jetzt halt das ganze Wintergebiet, Grenzgebiet quasi ab. In der Hoffnung auf ein Wildschwein. Aber... Nö. Wo war ich denn vorhin? Da habe ich die wohl im Wintergebiet gefunden, aber... Die gibt es wahrscheinlich nicht. Die gibt es nur abends, oder? Also Wildschweine abends, weiß ich nicht. Nein, nein, die Waschbären. Die Waschbären soll es nur abends geben, ja. Die kommen wohl nur abends runter, irgendwie. Dann bringt das ja nichts, wenn ich die jetzt suche. Wie gesagt, ist nur Halbwissen. Ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt. Aber es scheint ja so gepasst zu haben. Nachts habe ich die alle gefunden. Aber ich habe dafür keine Wildschweine. Die spawnen dann wohl nur am Tage, oder? Die Wildschweine habe ich ja auch nachts. Also in der... Auch nachts? Das ist ein Hase. Ich glaube, der Hasen hätte ich Tausende haben können. Ja. Brauche ich ja auch nicht mehr. Aber ich habe dann nicht mehr gesammelt. Oder brauche ich welche für den Dingsanzug? Krankenschrei. Guck mal, ich habe den Dings... Den Wärmeanzug. Ich wundere mich schon, dass mir nicht kalt wird hier, ne? Ja, ist bestimmt angenehm, ne? Ja, total. Aber ich hätte halt... Hätte ich auch gerne. Gibt es hier überhaupt Eingeborene in dem Gebiet hier? Ich habe ein paar gekillt. Im Wintergebiet meine ich. Ja, später kommen die auch dorthin. Aha. Weißt du noch? Ne. Wir hatten auch eine Weile keine und später kamen sie dann doch. Irgendwie müssen sie sich wohl erst finden oder so. Ich habe keine Ahnung. Bist du da hinten? Jetzt bin ich schon die ganze Insel umrundet hier. Jo, ich weiß nicht. Wildschweine. Also, ich finde Eingeborene zurzeit. Aber keine Wildschweine. Ich habe jetzt hier einen Hasenfell. Aber, wie gesagt, ich musste auch nicht zwangsweise dann den Anzug haben. Guck mal, Hasenfelle brauche ich nicht mehr. Ich habe alles schon gecraftet, was man mit Hasenfellen craften kann. Ja, ich könnte noch Beerenbeutel und so. Aber so, das, was mir jetzt wichtig war, habe ich. Das ist ja echt ärgerlich. Jetzt muss ich auf die Nacht warten hier, ne? Ärgerlich ist, dass ich kein scheiß Schwein finde. Ja, die kommen wahrscheinlich auch abends. Oder in der Dämmerung. Oh, soll ich den ganzen Weg jetzt hier zurück klatschen, ey? Ja, einmal mache ich das dann noch, aber dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich... Da ist schon unser Base dahinten irgendwo. Ja, hier ist Inselende. Oh, shit. Ich laufe nicht mit dem selben Weg zu. Das ist ja Quatsch. Laufen wir halt ein bisschen wieder Schnee... Schnee in... Innenseits. Innenseits? Ja. 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 Ich bin hier fast bei dem... Ich stehe unter dem... Berg. Ich habe hier ein Zelt gefunden. Hier könnte man schlafen und speichern. Ich speichere mal einfach hier auf Luft. Unter dem Berg. Ja, ich bin genau unter dem... Riesenberg. Kann man hier rein eigentlich? Nee. Oh, hier ist das Ende der Welt. Wildschwein! Das Ende der Welt. Ich konnte da nicht weitergehen. Okay. Ich habe ein Wildschwein auf jeden Fall. Ja, ich warte halt auf die Nacht jetzt hier im Wintergebiet, ne? Und laufe hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, wenn du ein Schwein siehst, dann halt es im Auge. Ich komme zu dir. Ich habe jetzt mein erstes. Oh, das zweite ist da. Die spawnen wohl gerade. Echt? Scheint so. Dann kommen bestimmt auch bald die anderen Viecher. Guck mal, ich kann hier nicht mehr weitergehen. Das ist wohl das Ende hier. Gibt es immer noch diese imaginäre Wand? Ja, eben war da eine. Aber jetzt ist hier halt so... So ein Schneeberg. Wo man immer runterrutscht, ne? Hast du einen Panzer dabei zufällig? Einen Panzer? Nee. Ich habe einen Panzer. Ach so. Ja, dafür müsste man ja erstmal hochkommen, ne? Da kann ich... Kann man schon... Doch, hier kann man drauflaufen. Oha. Befürchte nichts Gutes, wenn ich hier weiterlaufe, du. Ist das eine Höhle? Guck mal, da kann man reingucken. Das ist die Höhle, wo man nachher rauskommt, quasi, ne? Ach, meinst du? Ach du Scheiße! Was denn? Ich bin... What the fuck? Was ist los? Ich bin in so eine Gletscherspalte geflogen. Und jetzt? Bin ich irgendwo gefangen, glaube ich. Oh fuck. Ich laufe jetzt hier mal weiter. Mal gucken, was passiert. Nachher bin ich beim Endboss oder so. Das wäre ja crazy, ey. Ah, das sieht aus, wenn ich hier wieder rauskomme. Ach du Scheiße! Guck mal, ich laufe... Ich bin im Berg. Ich laufe durch den Berg. Und gleich... Wenn ich jetzt hier rausgehe... Zack! Komme ich nicht mehr rein. Hast du den Speed... Übel! Hast du jetzt den neuen Speedrunken-Match entdeckt? Ja, wahrscheinlich. Hätte ich mich da richtig bewegt, wäre ich wahrscheinlich auch zum Endboss gekommen. Wahrscheinlich. Nehme mir sehr gut vor... Oh, ich bin fast tot. Krass! Wäre mega, wenn es einfach jetzt passiert wäre, dass du in der Bosshalle bist, ey. Ja, weiß nicht, ob das so geil wäre. Ja, einfach nur, um es zu wissen, ob das jetzt gut wäre. Funktionieren tut es bestimmt. Irgendwie. Mit Sicherheit. Also jetzt, wo ich das schon gesehen habe, ne? Ja, ich werde es mal googeln, auf jeden Fall. Was ist ein Reh? Das wurde schon mal angeschossen, ist rot. Ja, meins war gerade auch rot. Habe es dann nochmal angeschossen, ist wieder abgehauen. Also ich weiß auch nicht. Bestimmt deins. Ich habe schon noch zwei, drei Reh geschossen. Ja, das ist... Keine Ahnung. Oh, Leute, zwei Wildschweine. Ich hasse sowas. Hauptsache, das dämmert hier jetzt gleich mal. Wisst ihr, ich habe ja nichts dagegen, dass man mal irgendwo durchlaufen muss, was fahren muss. Aber wenn man dann zum dritten, vierten Mal ganze Landstriche hier abläuft, dann ist das schon anstrengend. Ja. Oh, jetzt kommen die blauen hier. Scheiße, ich habe keine Ausdauer. Das ist ein Reh, gerade gespawnt. Weg, Alter. So ein blauer Bergmutant will mich hier unsittlich berühren. Oha, das ist nicht gut. Naja, das ist schon irgendwie komisch. Ich fühle mich ein bisschen nicht gut. Mist, ich habe meine Pfeile nicht zurückgekriegt von dem Reh. Das ist nicht gut. Ich habe nur noch... Bei bestimmten polnischen Reh. Zehn Pfeile müssen reichen für die zwei Waschbären. Ich darf das sagen. Noch eine Rede. Wir haben alle rote Ärsche hier. Okay, das war jetzt auch falsch. Ach, guck mal, ich habe das Cockpit gefunden. Echt? Ja, durch Zufall. Ja, dann bleib mal da. Das konnte ich gar nicht sehen, weil das so voller Schnee bedeckt ist. Dann bleib mal da, dann komme ich jetzt zu dir. Ja, einfach. Ja. Kommt. Dürfte ja nicht so weit weg sein. Nö. Ich laufe jetzt straight zu dir. Aber zwei Wildschweine brauche ich denn noch. Ja, ich brauche auch noch die zwei Waschbären. So, Pistole. Und irgendein Zeitungsartikel. Ach ja, Tifa ist da. Weiß da ist, genau. Sonst gab es hier, glaube ich, nichts zu looten, ne? Ne. Okay, dann mach doch einfach ein Stück Stoff um die Fackel und zünd die wieder an. Was frierst du denn so, Kollege? Dann warten wir hier auf Antares. Wir haben uns auf. Ah, ich gebe Vollgas. Ich habe extra Soda getrunken, damit ich schneller laufen kann. Ich habe kaum noch Soda, ich habe nichts zu trinken, gar nichts. So, was habe ich denn hier noch? Getrocknetes Fleisch oder alles roh? Alles roh, das ist schon kaputt. Roh, 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 roh. Gut, ich mache ein Lagerfeuer. Kurze Hand beschlossen. Lagerfeuer, da bist du. Krass, ey. Ich war ja echt weit weg. Am anderen Ende des Wintergebiets. Ich bin das jetzt schon zwei, drei Mal hoch runtergelaufen. Ich habe da echt gesagt, ich habe keinen Bock mehr eigentlich. Aber ich will diese scheiß Wildschwein. Ja. Ich will das noch haben.